Bestaunen Sie die traditionellen Kampfstile des Kung-Fu. Affe. Kranich. Gottesanbeterin. Schlange. Tiger. Panda. Nichts Monkey erzählen. Von den Produzenten von Shrek und Madagaskar. Also dann, Panda, zeig uns, was du kannst. Alles klar. Ich meine, ich hab grad gegessen. Ähm, also, ich verdaue noch. Das heißt, etwas später wär mein Kung-Fu sicher besser. Filmworks Kung-Fu Panda. Wer entstand! Rrrrrr. Rrrr. 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 Rrrr.